Das Ganze ist jetzt aber noch nicht der Weisheit allerletzter Schluss, denn man muss sich jetzt mal überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn ich mehrere Switche und mehrere VLANs nutzen will. Hier oben haben wir das Ganze ja so gestrickt, dass wir hingegangen sind und pro VLAN quasi eine Verbindung zum Router gezogen haben. Jetzt kann so ein Switch aber durchaus mal ungefähr 1000 VLANs verwalten. Es ist glaube ich ersichtlich, dass man dann nicht anfängt hier 1000 Leitungen zu ziehen. Ein anderes Problem ist, wenn mir jetzt ein Switch nicht ausreicht, was relativ üblich ist, dass ich mehr als in dem Falle hier 24 Geräte habe, muss ich ja Switche kaskadieren. Wie geht denn das? Die einfachste Variante ist, man macht das gleiche wie beim Router, nämlich man würde hingehen und sagen, okay, ich nehme mir jetzt irgendwie mal zwei Ports raus, ich nehme mal die 21 und die 22, da ist noch nichts drauf und benutze die quasi als eine Art Uplink. Das heißt, ich würde hier 22 jetzt nehmen und jetzt auch wieder für jedes VLAN separat den Uplink zum nächsten Switch machen. Und dann gerate ich quasi in das gleiche Problem wie mit dem Router. Angenommen, ich möchte jetzt irgendwie 10 VLANs hier rüber schicken, dann würde das ja bedeuten, ich brauche erst mal 10 Verbindungen. Wenn ich 10 Verbindungen habe, habe ich schon 10 Ports des Switches belegt. Das ist alles hochgradig ineffizient. Das wird nicht funktionieren. Also das funktioniert schon, wie wir jetzt auch eben kurz sehen werden, aber das ist nicht sonderlich effizient. Also gucken wir uns das einmal an. Ich nehme hier nochmal die entsprechenden Ports. Ich habe hier die 1 genommen, um das linke VLAN zu verbinden. Hier könnte ich jetzt also auch wieder sagen, nehmen wir das entsprechende VLAN. Das werde ich hier noch nicht finden, weil das in dem neuen Switch noch nicht angelegt ist. Also lege ich jetzt hier VLAN 10 an. Genauso wie eben sage ich, das 10. VLAN bekommt den Namen VLAN links. Dieses VLAN links ist wirklich nur eine Bezeichnung, die kann man hier beliebig wählen. Das hat keinen technischen Hintergrund, das ist quasi nur so eine Art Dokumentation. und ich lege VLAN 11 an als VLAN rechts. Der Switch kennt jetzt die beiden VLANs und jetzt muss ich ihm noch sagen, welche Ports dazugehören. Ich gehe wieder hin und sage hier der Port 01, das ist der linke hier, der soll jetzt bitte zum VLAN 10 gehören. Und der Port 11, das ist der rechte hier, der soll bitte zum VLAN 11 gehören. So, dann kann ich jetzt wieder hingehen und entsprechend verkabeln. Ich kann also sagen, dieser PC soll an den Switch dran, ich sage mal Port 2, der Server soll da dran, sagen wir mal Port 3, dieser Server soll da dran, sagen wir mal Port 12 und der hier soll da dran mit Port 13. Das hat jetzt keine schöne Struktur, aber geht. Jetzt muss ich allerdings noch den jeweiligen Ports beibringen, dass jetzt hier diese beiden zu VLAN 10 gehören und diese beiden hier zu VLAN 11, also machen wir das eben. Wir gucken uns hier entsprechend, was hatte ich gesagt, 2, das ist R an, der gehört zu VLAN 10. Und wir gucken uns den nächsten an, der gehört auch zu VLAN 10. 14, das sind jetzt diese beiden hier und entsprechend muss ich jetzt hier noch gucken, 12 und 13 gehören zu VLAN 11, also Port 12, VLAN 11 und Port 13, VLAN 11. Und das war's jetzt für den unteren Switch. Der untere Switch ist jetzt konfiguriert, was noch nicht konfiguriert ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist jetzt der obere Switch. Der ist jetzt mit 21 und 22 belegt, das heißt, ich muss ihm jetzt wieder sagen, der 21er ist jetzt VLAN 10 und der 22er ist VLAN 11. Einmal Forward Time, alles ist verbunden und jetzt können wir wieder gucken, ob es irgendwie einigermaßen klappt. Der mit dem funktioniert, nochmal neu, also der mit dem geht wirklich. Der mit dem geht auch und so weiter, also wir sehen, dieses Netz kann in sich wieder miteinander kommunizieren und der hier kann mit dem kommunizieren und so weiter und so fort. Wir haben jetzt wieder das Problem, dass es nicht über den Router geht, beim ersten Mal zumindest. Failed. Wenn wir es allerdings ein zweites Mal versuchen, geht es wieder durch. Funktioniert also. Die Struktur, wie gesagt, ist jetzt insofern natürlich etwas dämlich, dass ich pro VLAN hier jeweils eine Leitung ziehe. Und das kann man vereinfachen. Was wir jetzt also brauchen, ist quasi eine Möglichkeit, Switche zu verbinden, ohne dass sie pro VLAN ein Kabel brauchen. Und was wir hier benutzen, sind sogenannte Trunks, heißen die Dinger. Oder auch eben VLAN Trunks. Ein Trunk ist ein Port bzw. eine Verbindung, die alle VLANs durchlässt bzw. eine definierte Menge von VLANs durchlässt. Während wir jetzt bei den normalen Ports immer nur sagen konnten, ja, du gehörst bitte zu VLAN 10, du gehörst zu VLAN 11, kann man bei einem Trunk-Port sagen, über dich soll bitte VLAN 10 und VLAN 11 und VLAN 12 gehen. Das heißt, die normalen Ports, die heißen bei Cisco sogenannte Access-Ports, die können jeweils nur einen VLAN verwalten. Das sieht man hier. Type ist das hier. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Access. Also Fast Ethernet 01 ist ein Access-Port. Ein Access-Port ist ein Port, wo jetzt halt ein Gerät drankommt bzw. nur einen VLAN. Und diesen Access-Port, den habe ich einem VLAN zugewiesen. Was ich jetzt machen muss, ist hier eine andere Art der Verbindung wählen. Das funktioniert wie folgt. Also ich schmeiße mal eine Verbindung hier runter. Jetzt habe ich nur noch eine Verbindung zwischen oben 21 und unten 01. Jetzt muss ich diesen Ports beibringen, dass sie keine Access-Ports sind, sondern sogenannte Trunks. Wenn ich das tue, kann ich jetzt hier nicht eindeutig VLAN auswählen, sondern ich kann sagen, welche VLANs über diesen Trunk laufen sollen. Das sieht man daran, dass man jetzt hier mehrere Häkchen setzen kann. Das war im Access-Mode eben nicht möglich. Standardmäßig ist es jetzt so, dass der Switch offensichtlich alle VLANs auf diesem Port durchjagt. Das ist auch in Ordnung. Und das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Hier müssen wir sagen, das war die 21, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Moment, ich gucke nochmal nach, sicherheitshalber. Hier müssen wir jetzt auch sagen, die 21 soll auch so ein Trunk-Port sein. Das hat er witzigerweise gerade automatisch umgestellt. Das war mir nicht bewusst, dass das automatisch passiert. Ist jedenfalls offensichtlich so. Ich bin verblüfft. Und hier sagt er, welche VLANs er rüberjagt, nämlich alle VLANs von 1 bis 1005, so viele kann er. Also alle. Und im Prinzip war es das jetzt auch schon. Und wir sehen, die Nummer funktioniert wieder. Successful. Successful. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir können jetzt wieder ohne Probleme durch das Netzwerk durchpingen. Und brauchen hier nur noch eine Verbindung. Das heißt, zwei Switche verbinde ich über einen sogenannten Trunk-Port. Und die Clients schließe ich über einen sogenannten Access-Port an. Ein Access-Port kann ich auf einem Switch einem VLAN zuweisen. Und bei einem Trunk-Port kann ich am Switch zuweisen, welche VLANs drüber gehen sollen. Also mehrere. Oder auch alle. Und im nächsten Video gibt es jetzt das Ähnliche für den Router. Da gibt es nämlich auch so etwas Ähnliches wie ein Trunk-Port. Es funktioniert nur ein bisschen anders. Also. 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 Es war einecosm III, die Ähnlicheальной WLAN zu sein. Wir werden mit dem ZD-Den. Und wir werden mit dem ZD-Den.